wo sind meine dingenskirchen hier dingenskirchen, der umgang vor den menschen ich habe ja auch immer gesagt dingenskirche nein im discord haben wir nachträglich er ist schon gratuliert lieber er ist gar nicht mitbekommen wir haben uns voll gedanken gemacht weil wir dich nämlich einen tag später und so ich sing so oder noch ein deckel oben drauf machen deckel drauf bevor jemand drin fällt also man sieht ja dass hier was gebaut ist wir können ja nicht verantworten dass Ron sich verletzt so 8 Pfund hier ist unser wir sollten das markieren auf der Map ja das hatte ich vor also hier da Wegpunkt speichern Öl jetzt bin ich wieder auf was mache ich denn immer ich lande immer auf discord und da kommen ganz hübsche Sachen enter so da steht jetzt Öl so warte mal wollen wir uns wieder anziehen oder fahren wir nackt nein wir müssen erst mal raus hier bevor wir uns anziehen wir müssen auch außerdem was willst du denn mit nackt du bist doch gar nicht nackt ich hab noch im Pulli ausgetrunken und den Helm abgesetzt ja weil diese Shopka zeige ich mich nicht in der Öffentlichkeit der einzige und ich hab ein bisschen Probleme mit Hüten das ist ganz schlimm also der Nachteil ist wirklich dass man nicht dass man nicht geschützt ist ja ich hab was gefunden dann kommen sie zu mir ich komme ich fliege ich versuche zu eilen aber ich hab noch einen Karton ich hab Holz gekriegt guck mal aus dem Karton aus dem Karton hier ich hab ein Buch für dich du hast ein Buch für mich oh ich hab ich in der Mülltonne Helmlichmord ja aber ich hab hab ich schon gelernt das kenn ich schon ne ich nicht ich lerne und das andere kann man verscherbeln hier dann nimm hier Helmlichmord kenn ich schon guck mal hier steht ich dir wollte gerade sagen straßen ghoul arsch natürlich und ich sag dir einen Trick ja die Axt in die Hand ach und hier diese geben viel Holz und muss eigentlich nur einmal draufhauen also mehr guck mal mehr als äh äh ja darf ich mich jetzt wieder irgendwie ich will diesen roten Rand und meine Hood im Hintergrund das da hinten ist dein Haus mit dem mit der großen Zehe sind wir schon im Grün Fenrir das da hinten ist dein Haus welches? das da hinten ich seh keins das sind viele nein guck mal in Richtung unsere Mine dahinter ist ein Haus und das ist dein Haus Fenrir es ist das ja in die Stadt in die Stadt aber ich muss da raus oh jetzt hole ich mir bestimmt jetzt hole ich mir bestimmt irgendeine Zuchtkrankheit was holst du dir? eine Zuchtkrankheit was? ich kriege Zug in die Knie in den hellen Bogen in den Nieren und in den dann sieht man nämlich den olle helden nicht meistens dem wieder an sie schlafgut süße träume dir und ohne zombies jawohl ganz viel liebe mafo mal sie jetzt jetzt brauchen wir eigentlich nur gerade ausfahren und schütze quest mit fast fahren hast du hast du moni einstecken ich habe ja 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 ich habe nicht so viel wir fahren wir erst nach hause dann machst du das 100 schrotze 200 pistole das reicht wer faucht mir hier ins ohr ich bin doch das straßengulasch dreh dich dann schiebst nicht mehr wenn sie dann zieht's nicht mehr dann schiebst ja ja ist schon scheiße wenn man alt wird meine oma hatte katzenfälle hätte katzenfälle empfohlen aber jetzt ist mir einfach davon geswitcht nein 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 ich fahre einfach auf die quest zu ich war ich fahre durch den check von charlie ja nein du hast gesagt ich soll da nicht durchfahren okay das glaubst du ich war auch die quest zu ja ja dann müsste ich vor auch als pfeil vor dir sein ja 208 meter bist du vor mir wir stehen immer überall so eine gesellen rum und hühner sind hier ohne hände wir könnten uns ernähren wenn wir sie überfahren auch kommen wir gehen auf die straße wir haben fleisch ohne hände ich fahre jetzt auf die straße unter party mäuschen steht ja ja party vorbei ja ich habe oft noch eine was ist denn hier los bei ihr disco wenn ihr auf der straße ne ja jetzt habe ich überfahren jetzt muss ich es auch mitnehmen man das ist mir voll in die feld warum überfährst du wirklich freiläufende hühner als beringer jetzt oma lissi guten nacht gesagt oder uns beringer hast du jetzt uns guten nacht gesagt oder oma lissi wer hat gute nacht beringer wenn wir um wenn beringer geht da steht nur gute nacht ach so aber jetzt sehe ich ich sehe dein würkchen und es braucht vv hh 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 du alles an dem boden auto nein habe ich nicht ich wollte sagen irgendwas ist sie aber das ist die pflanze irgendwas ist hier einmal monitor ein was mich irritiert die flanke hat eigentlich schon wieder wert schon wieder nicht aufgegessen wer hat schon wieder nicht aufgegessen es nicht ist richtig und soweit ich bin jetzt die ganze zeit vor dir ich warte dass du angeknattert kommst ja ich bin jetzt 18 meter hinter der du kannst ich gar nicht geben ich gebe alles gibt alles weil sonst knattern wir hier noch 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 zehn folgen es steht in einer folge so sie knatterten durch die nacht an die durch den regen war jetzt aber drauf tun also ja ja zwei kilometer ja ja ich bin jetzt hier nicht gewillt noch hier irgendwelche strafen und gast ja ja hier kommt wir in der straße ich hatte ja gehofft wir haben eine schatzkarte in unserer wir hatten eine schatzkarte die habe ich in unsere kiste getan hast du gar nicht erwähnt was nicht gesagt dass damit schatzkarte das tut mir furchtbar also leid und weil bei mir war auch meistens an den fünferquests hatte ich dann auch ein oder zwei schatzkarten das ist ja immer super für monina 1,6 kilometer ja 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 ich weiß ja nicht ich weiß irgendwann gleich mal hier das licht aber ich sehe gar nicht lust genau deswegen da sind und spiderman ist unterwegs hierbei schwirren habe und da ist die high school wo bist du denn angefahren ich höre ich fahre also als pay lake bin ich ich bin an der nevis geht high school high school ist auch cool kannst du dich erinnern war ja auch eine schöne quest ich bin gerade an einem polizeiauto vorbeigefahren jetzt bin ich in cobblestone clearing ja ich bin jetzt am hier und jetzt noch neun Abnier dell mit mitte oder 12,2 kilometern wir sind gleich star es ist früh Monte Grosje dort ist doch wenn früh am morgen die welt sirene drehen no Nelson und die sich die corb im stechen das von stöhnt happy in der montage alle linie und Nachricht rad Oh, Monetarisierung weg. Guck mal, keine Reaktion. Keiner kennt die gute Musik, die ich hier von mir kenne. Doch, wir steigern das Brutto-Sozialprodukt oder sowas. Ja, genau. Ja. Neue deutsche Welle. Blood Forest. Was, wo? Ach so. Gibt sich auch was, das heißt so? Ich bin immer froh, wenn mir keiner zuhört, wenn ich singe. Du hast wunderschön gesungen. Aber wenn ich dann noch mit einstimme, das... Zumindest haben nicht alle das gehört, da bin ich schon mal ganz beruhigt. Ach, meine Nase. Mir läuft mein Näschen. Ich war heute wieder sehr viel Staub ausgesetzt. Das ist nicht gut für mein Näschen. Nein. Aber jetzt ist es mal so. Ich habe noch 100 Meter. Ne, es ist noch 300, weil ich bin 200 Meter hinter dir. Oha. Das ist ein Hotel. Das waren wir doch schon mal, ne? Ne, das hatten wir noch nicht. Tatsächlich nicht. Also ich dachte nicht, dass wir das schon hatten. Das sagt mir gar nichts. Ich bin da jetzt auch blind, ne? Da müssen wir uns gegenseitig gut... Das finde ich ja gut. Dass ich das nicht kenne? Dass wir das beide nicht kennen. Da können wir nämlich nur sterben. Weißt du, weil ich dann Angst habe, ich bin so ein Kandidat, in Fallen reinzupassen. Ja, ich auch. Dann sind wir zu zweit. Und einer von uns mussten überleben. Ja, und der Gabelstabler mit der Gabelstabel, beim Stabelgabel, frei, genau, Stabeln, Gabelstabler. So, ich habe gerade mal einmal aufs Gebäude gekickt. Bist du dann breit? Ja, aber ich würde gerne vorher noch kurz das Licht anmachen. Ich sitze hier komplett im Dunkeln. Okay. Warte, wir, 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 wir knettert was. Ist er. Ach so, du hast geknallt. Ich muss ja nur um die Ecke gehen. Da brauch ich nicht mehr... Also, irgendwann muss ich mein Näschen schnäuzeln. Aber noch nicht. Sterben ist gutes Entertainment für den Chat. Was? Wo? Oh, 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 oh. Was gibt's für den Chat? Guck mal, wie cool das aussieht. Warum gehen wir nicht im Burger... 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 Da waren wir schon mal drin. In Burgerina, oder wie der Ding heißt. Burger... 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 Da waren wir drin mit dem... Aber ich glaube nicht, doch stimmt, ja, das Schiff, ja, ja, Entschuldigung. Es war mir entfallen, ich hab ähm... Momentan... Macht nix. Ich nehme auf den Straßenrollersch mit. Das geht nun wirklich. Ja... Mülltonnen gucken, rechts, links. Da ist eine kranke Schwester, die müssen wir noch kurz niederknüppeln, sonst geht ihr uns nämlich gleich offen. Das ist unsere Quest. Welche? Welches ist eure Quest? Wo seid ihr drinnen? 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 Im Burger? Im Burger? Okay, 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 okay. Ich hab jetzt schon einen Schreck gekriegt. Ja, ja, ne, ne, den Burger könnt ihr haben. Ja. Wir wollen, wir wollen das Hotel. Ja. Wir checken im Zombolino ein. Gegenüber ist ein Check-in. Ich vermiete euch ein Zimmer, wenn wir fertig sind. Ja. Dann ist es auch Zombie-frei. Na dann. Ja. Wer ich nicht, du. Ich hab die genommen? Doch. Wir vergessen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wollen einchecken. Ja. Tag. Jemand zu Hause? Ja. Hier wahrscheinlich in einem Tresen. Nö. Hm. Aber im Büro. Aber im Büro. Ähm. Wie geht's weiter leider? Ähm. Warte, warte, warte. Ich komm, ich komm. Oh, guck mal hier. Ich hab ihn im Kopf geschossen, guck mal. Da kommt noch einer. Ja, ja. Oh. Da hinten ist einer. Guck mal. Ahahaha. Und sonst war hier nichts mehr. Was ist denn das für eine lahme Bude aus Buchstunde? Ja, stehe ruhig wieder auf. Gib mir das Köpfchen. Und dann. Oh, es war die Schulter. Alles andere ist so. Tatsächlich. Ich komm. Hier ist eine Tonne mit Feuer. So. Mehr? Hier ist eine Tonne mit Feuer. Ja. Das ist nämlich, wenn ich hier bin ich ja gerade gewesen. Ja. Und ich glaube, wir müssen aber hier durch und dann da durch. Und Dinge tun. Ich hab mal Wasser aus dem Klo getrunken. Ja. Bitte. Wenn ich das gerne. Ach, der ist schon tot. Ja, ja. Den hab ich schon von Weitem. Äh, äh. Keiner im Kleiderschrank. Ach, Menno. Geh mal, geh ich ihn über. Hallo? Ähm, ich habe einen neuen Posten zu vergeben. Wer hat einen neuen Posten zu vergeben? Äh. Die wollen eine WhatsApp-Gruppe gründen. Wer? Ähm, Philipp und Behringer. Zum Sterben bei Twitch-Integration. Ach so, bei uns? Ja. Aber Philipp spielt doch jetzt auch, oder nicht? Philipp, erzähl. Seven Days entdeckt hat er für sich, oder? Ja. Hier war doch so. Wir müssen da gleich hoch, das weißt du, ne? Da vorne, wo wir waren. Ja, ja. Da hier. Auf der anderen Seite hoch. Wir müssen da nochmal zurückgehen. Ja, ein Stück zurück und dann da diesen Dings da hoch. Siehst du, hier war ich aber noch nicht im Bad. Keiner guckt für mich ins Klo. Ich bin schon einmal im Bad. Da oben gelaufen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Außen stehen, aber alte Auto, ne. Wir müssen hier hoch. Ich würde schießen. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, ne? Oh. Hallo? Wollen wir da runtergehen, oder bleibt mir hier? Nö. Irene. Nicht rennen. Guck mal da hinter dir. Ach. 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 Immer diese Kriecherei. Aber elegant nach unten geblumselt. Gib mir mal dein Köpfchen, komm mal her. Bäm. Das war's jetzt. Entschuldigung. In den Kopf. Oha. Da drüben wird. Wann ist denn da drüben los? Da drüben wird hart geschossen. Geschossen. Knicks, knack kuck krun. So. In einem Hotel gibt es viele Betten. Viele Betten, ja. Ja, ich bin fleißig am Zocken-Gritt , schreibt Philip. du bist am was ja finde die tun gerade extrem leise ich muss ich bin ja noch auf bohr modus da kann man schon sehr viel zeit verbringen ich sollte ja von der quietscherei auf was ich habe heute talente sagt nix aber nicht gereinigt was heißt nicht gereinigt wo nicht gereinigt was nein also das putzen das überlassen wir anderen guck mal hier hier kommt schon wieder freunde was für freunde nicht wieder aufstehen nicht wieder aufstehen glaubst du es jetzt ist mir auch gemacht ja echt mal diese gammel sandwiches ach so die betten nicht aber nein ach wozu ich drehe ich wollte auch wieder in einem müllpäckchen gefahren mit was schießt klar wieder das hört sich mal als wenn sie die kanon und im ab trägt könnte unterhebt das könnte taktisches klingt glaube ich ein bisschen dumm fahren noch oder auch ein mp5 oder wie das die mp5 glaube ich es ist so hier wird es gleich gleich hier jetzt gleich richtig rumpsen werde ich mit ihr ich hab's dir gesagt kommt zurück bahn ich triggere die immer ganz gern ich hab's dir geflogen ich recht oder du recht so nicht links das geht ja gar nicht also verschlossene türen kann ich nicht jetzt weiß ich auch warum hier ist ein loch manu findet immer nur wasser und papier im klo ich habe eine pistole gefunden dann spuck ich gleich mein kaffee wieder in die tasse zurück aber ich glaube wir sollen wir noch nicht lang gehen ich habe mich die tür aufgeklopft guckst du die ag wir später lang die gb hier oben ich glaube ich liebe mein knüppel ja der ich stehe noch mal auf jetzt ein arm weniger und hier findet da hat mir jemand wegfindung ich gehe schon mal hier vorne ins zimmer ich mache schon mal sauber im badezimmer war der herr ich finde wenn du diese findest du wirst nie eine anständige klo frau was soll ich jetzt sagen aber andrina hat das diplom das hat hexele mir verliehen da bin ich auch ganz stolz drauf jetzt war auch nur papier drin waren und das passiert selten also ich habe ja schon wieder so ein flanellhemd ich tue das instant verlegen ich habe glaube ich eine bombejacke oder sowas der kampfanzug immer ein griff ins klo aber ich mal hier hat ja recht gepäck ein schöner helm level 1 was hier schon ja da war ich habe schon dinge getan ja ja ist ja kein bett mehr da und wenn ich glaube müssen wir jetzt hier oben oder runter aber ich glaube die frage mit sagen hoch weil oben ist die pflicht ah na dann muss er hoch in meine äugellein das glaubst du jetzt nicht knurren oder ist ein hund oder wo ich mache ich halt das ohr anstür umgedreht das ohr anstür ist die offen an dies verschlossen wieder auf dem dach waffe raus habe ich waffe heißt immer hier sind viele meinst du ja ja hallo auch mann und nun hier und jetzt ich bin ich mal von oben runter komm mal hierher ins auge immer schön ins auge nein das war gemein jetzt kannst du aufhören was war das und jetzt ich bin ich Wettbewerb was war das wir